Willi, wie folgst du eigentlich noch One Piece? Bitte? Folgst du eigentlich noch One Piece? Ja. Hast du mitbekommen, was du für ein Kopfgeld bekommen hast, Raffi? 1,5. Fällig viel betrieben. Ich hab's heute gelesen, ich dachte, was soll denn der Quatsch? Ja, aber wenn ich den hat, ich weiß. Ja. Das Ding ist halt, der hat halt so viel bekommen, weil der komische Vogeltyp, der morgens in die Nachrichten geschrieben hat, dass Raffi Big Mom besiegt hat. Das an sich gar nicht stimmt. Achso. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, das ist ein bisschen zu viel. Hier ist ein Mord drin. Ja, ja, passt, alles gut aus. Nix ist gut. Schaden bekommst. Schaden bekommst. Schaden bekommst. Schade, Leute. Hier gibt es die legendäre Olaf-Fleece-In-Kombo. Verschwende keine Zufall. Hm. Das ist auch nicht Sinn. Nice. Alex, hier ist ein Mord drin. Ey, wieso hab ich meinen Skinny ausgerissen? Ja. Restart. Ich will... Restart. War genau hier am Eck. Hier. Meistere dich selbst. Meistere dich selbst. Tu mal so, als würden wir den Red machen. Achso. Hat der Vogeltyp das mit Absicht beschrieben, oder? Weiß man nicht so wirklich. Hm, wir haben ihn einfach nur vercheckt. Ja, aber eigentlich war er halt die ganze Zeit dabei, also das heißt, er müsste es wissen, dass er nicht besiegt hat. Ja. Ich. Ich glaube auch. Ich auch. Als nächstes kommt endlich der Reverie-Arc. Der was-Arc? Der Reverie, dieses Königstreffen. Erweitere deine Sinne. Erweitere deine Sinne. Handeln. Habe ich da unten gewardet und weißt du das völlig? Nee, da ist nicht gewardet. Also wer da war gewardet, aber da jetzt nicht. Komme ich heute leider nicht ran. Hä? Hey du. So. Und Flash weg. Heil dich. Komm mal hin, tritt zu euch in den Busch. Oh. Gut, dass du da bist, Kevin. Oh. What the fuck? Bring doch so einen, den dann weiter. Hä. Hät mir nicht viel gebracht, dann wäre ich wahrscheinlich eher gestorben, bis ihr da wärtet. Nein, ich habe kein Ding drauf, Ignite. Ich gehe mal das Ding schauen. Ich bin krass. Bist gerade allein, Marvin. Ich bin krass. Oh fuck, der hat mich ges... Jungle ist hier. Jungle ist gerade beim Track gewesen. Wollen wir hoch oder? Sollen wir uns gehen? Also die Arie muss ich auch geben, die kann ich nicht machen. Juhu. Ich bin da. Es ist so ein Dreckschamp, das gibt's gar nicht. Jedes Mal. Er kommt eh weg. Ah, Ari kommt zu dir, Kevin. Hey, kann sein, das Ding zu dir kommt. Ach so, hier kann ich leben, okay. Oh, ist er sich geflasht. So ein Exxon. Alex, ich habe nicht mehr so viel Darts und Heilt und Christ. Also, du kannst es aufgeladen. Ei, 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 ei. Kriegen Sie sein Ulti hier raus? Oder was? Oder an Enekton? Ja. Ja. Meistere dich selbst. Meistere dich. Meistere dich. So steht der gerade schon da. Schön. Der Enekton kommt wieder hoch. Ich glaube auch nur noch so halb Leben oder sowas. The Cain. The Cain kommt hierher. Top lane. Okay. Der ist full life. Achtung, sollte man nicht dealen vielleicht. Ja. Hotfield. Da kommen sie. Warum beim Tray? Ich brauche noch einen Minion zu Level 6. Ist mir nicht schlecht. Wow. Was geht ab? Alter. Wie Schaden macht denn der? Der hat mir mit seiner B ein viertel Schaden zugefügt. Finde dein Zentrum. Alter macht die einen Schaden. Hansi bis Thürer ist in der Mitte einfach nur ein Affig. Ich glaube unten sollen wir wohl lieber nichts machen. Ach klar. Alter. Ja. Alex verreicht halt gleich in der Sekunde. Ja. Ich krieg auch keine Heildinger. Die haben hier geklaut. Von mir? Ups. Ne. Von Marvin. So. Hä? Ich hab Full. Ich hab auch keine Heildinger. Ja. Dann lauf nicht durch. Ja. Ich hab hier am Power stehen. Ich bin fertig an die Zeit. Ich stell sie halt so hin, dass sie nicht durchlauft. Okay. Soll ich sie beim Drake stellen? Ne. Aber einfach vielleicht irgendwo weiter hinten halt. Spawn den ich eh automatisch. Sie sind weg. Keine Ahnung wo sie sind. Na ihr hätt schon rein können Kevin. Im schlimmsten Fall wärs halt... King from Mitte. King from Mitte. Oh. Also. Spot fehlt. Und Bottled fehlt. Achtung Ari auch Mitte. Von der Seite. Also beim... Break. Ne ist also nicht. King kommt gleich Top lane. Ja. Ja. Fuck. King kommt wieder Mitte. King kommt wieder Mitte. Okay wir können dealen. Wir sind halt zu dritt. Er hat halt schon Ulti. Ich leider noch nicht. Aber... Ich hab Ulti. einen Ohöööööööö. Bin er nicht da? Ah scheiße. Sorry. Ein guter Mittelein für Support ist ok? War zu viel. hat nicht mal die zeit mal gewünscht zu setzen da war ich tot ja und dann kriegst du zu mir das ist halt ein bisschen blöd gegen die jana achtung von der seite kommt ein pain ist auch hier kane ist unten dann ist ja danke für den bort kevin die könnte es deaktivieren das ding kane ist hier achtung kane ist auch in der mitte haben sie bei uns war ich weiß nicht wo der chin ist ja da kommt auf jeden fall kommst du ach du der jungler ist halt auch hier unten so der flash ist weg mech war in der mitte warum springst du jetzt hier von deinem heilteil weg war nicht so geil definitiv nicht wieso jana flash ist raus ja bald keine ulti card kevin ich komme gleich wieder bin gleich wieder da kevin frage ob ich so lange warten soll oder jetzt noch ich gehe jetzt rein Achtung ja zu schwer ja immer noch hin ja gut ulti ist auch raus ulti und flash draußen wie siehts mit lane wo ist der mit laner der tot ok also jetzt geht die ich glaube ich habe vorwarnertum ok ja kane ist da weil drake wäre auch noch da das ist ja 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 ich habe kurz schaden das für dich so drake man oder back ah cam geht auch weg nur als supporter totes ja 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 ich will nicht ich will nicht 70 gold die schaffen wir noch leise schritte haha aha ja ja der jinn hat ernsthaft sein sein äh dorans vom anfang an verkauft nur dass er es klingen in endlichkeit kaufen konnte das ist doch ok das ist doch ok ich dachte gerade er hat keine kills weniger last hits wie kratten der diesen Schraubker er hätte das ding leisten können aber der bot fehlt achte ich zum philip ja nice ja so ein macht er doch so einen kranken schaden der dinge hm aber die haben beide nicht hier in der mitte aber ich habe selber halt dummerweise auch nichts ups verschwende mich ja ich pushe aber lieber top ich bin zu weit weg top ihr hat sich treppen zu nehmen aber bin ich eigentlich die ja immer so Flashes draußen zu suchen nice oder so wenn sie dumm genug sein wir uns noch mitnonekommen na ja gut das war jetzt einfach blöd von der hallo 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 guten aden oh da kommt teleport aufbord ja geht 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 nothing goes was kann der renekton der ist stark der ist fett ok elektro welch ja ich behüte sie ja die schuhe 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 ja ja hier ja behaved fertig und schuss nein Der hatte noch einen vierten Schuss. Wo kam denn der Cain her plötzlich? Kommt halt aus den Wänden raus. Super. Egal aber gut. Aber gut. Gut für uns. Wir haben noch eine von denen geholen. Gehen sie hin? Wo werde ich gebraucht? Da ist Cain. Jetzt nur der Renekton fällt halt hart ab. Später und Diana hat halt viele. So wie in der Theorie. Aber wenn nach einmal mich ein Renekton mit 250 Rüstung attackiert. Dann bin ich auch eine Weile geschätzt. Sieht die Praxis an daraus. Da kommt sie mit seinen Pflanzen und dann gut nach. Gut dass Diana drei Kills hat. Die Pflanzen schlagen schneller. Ja gut. Da brauch ich ja gar nicht kommen. Nö. Ich glaub der Inted irgendwie. Wer? Der Renekton. Ich hätte... Er hat dich echt noch geklappt. Ja natürlich. Ja keine Ahnung. Wollen wir mich mit Harrow machen? Ja ich komm. 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 Gott Mist. Lass mal irgendwie noch Drake machen. Drake wird alle leben. Achtung zwei Stück Mitte. Ja mein Gott dann halt nicht. Ich war nur ein Vorschlag. Achtung Jan hat Worte. Komm da auf uns. Wuuu. Wir sind halt nice gebaitet. Geh ja ich runter. Super. Jetzt wissen das wir zu dritt sind. Haft hier die nicht zu fünft. Naja. Zwei noch. Unter. Gute Worte beim Drake. Ähm. Ich weiß nicht ob wir da hingehen sollen. Wie geht das? Oh ne. Ich sterb wieder. Alex deckt mich doch. Oh geil. Nein. Also weg mich aber nicht sterben lassen. Jetzt sterben halt beide. Ja. Ja. Nice. Wegen so dämlichen Wort. Drachen haben sie sowieso. Fuck man. Heut läufts gar nicht. Naja ich will mal unten nicht weiter. Viel Spaß noch. Ciao ciao. Gut. Huh. Boah, Alter. Ach das ist der Tausch schon weg. Das war ja. Philipp pusch mal noch n bisschen. Wir haben gerade zwei zurückgeträgt. Ja ich bin schon dabei. Herald wegzukommen, wir alle. Wir haben Herald? Ja. Ah? Klingt der nice. Kommt der Kayn wieder. Ja. Wir haben hier noch 3 beschäftigt. Ja, aber ich kann nicht. Wenn er kommt hier, skippe. Wenn er kommt wieder runter. Oh, muss nicht unbedingt sein. Lass mal raus aus dem Schild hier laufen. Lass einfach nur raus. Wuuuuh. Wuuuh. 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 Gott. Aber ich hab ihn gestunnt. Nein, ich hab auch den Schild oben geklickt. Ja. Wie viele leben denn noch? Ja, eine ist in der Mitte Lane. Kann maximal Gin kommen, Philipp. Gin kann kommen, wenn er will. Hali, wenn du wieder lebst, kein Spot. Weil er nicht wieder auf dem Weg bespann. Jetzt kommt Gin, also Top Lane. Wuuuh. Aber er läuft, also... Keine Ahnung. Nein, Scott. What the fuck? Nein, da hatte ich auch nichts mehr. He. He. Oh, wenig war es halt auch nicht mehr. Ja, die Hälfte. Lebst du schon wieder, Marvin? Ich bin noch am Tower. Ich bin nicht gestorben. Ja, jetzt geh back Marvin. Ge back, geh back. Da kommt Renekton. Doch keine Angst vor dem Renekton. Hätten vielleicht schon. Ihr haltet es gut. Bin auch da. Ja, wenn Philipp da ist. Wir tun was wir tun müssen. Ja, ich krieg das zum Kotzen, dass ich... Oh, wir können Salty Barrel machen. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Da war gerade Jana. Jana. Immer mal Red Trash. Wann ist der? Ist der? Ist der? Wir wollen hier. Ach du, ich probalte deinen Kipp. Hm. Joa. War jetzt nicht der glanzvollste Moment, aber war einfach so scheiße. Wer hat mir grad gedacht, warum trägst du und das überlebst du nie im Leben. Ja, wo lag die Minions hängen in der Mitte? Ach Gott. War zu greedy auf den Kill? Joa, aber im Endeffekt waren die noch viel greedier als du. Ne, ich mein ja den. Idiot. Joa. Mach ich so mit hier? Joa. Naja, ich mach das. Hoffentlich. Ich hab das nicht zeigen, gell. Oder was war? Ja. Die Kayn macht halt echt Schaden, das ist halt echt ne... Ich guck lieber, dass die nicht Tray kriegen vielleicht wohl. Ich bin schon weg. Und tschüss. Ja. Joa. Wie kommt die denn jetzt für sich an der Herr? Wo werde ich gebraucht? Wir waren schon ne Weile. Wir haben ja da oben gefightet noch an den ihrem... Äh... Power. Wenn ich komm zu dir. Ich glaub der Drake ist eh weg. Leise Schritte. Joa. So, das ist doch gekostnichter Burn. Joa. Das mit dem Drakes müssen wir echt... Das Achtung mal, wenn du stehst im Board, gell? Joa. Wir müssen bei Philip vielleicht helfen. Philip, ja. Da kommt mal mit Phil. Lauf mal. Fuck. Immer die verkeppte Chin-Ult. Meistere dich selbst. Meistere dich selbst. Ja. Wir müssen... Alex hier zurück. 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 Ich hab nur den Typ vor Ort gehalten. Was soll das? Ist dieser weggekommen? Das ist schon ein Renninger. Der wird sich nicht zum Spaß. Zurück. War jetzt meine Devise. Fest. Das Cain ist jetzt auch oben. Ich bin übelst gesplittet irgendwie. Immer noch nicht da. Harry kommt von der Seite. Mal die staunen. Warum ist der hier immer das Ding gelegt? Cain ist oben. Geht rein, nicht geht. Geh rein. Jetzt kommen wir eigentlich rein. Nooo. Hm. Ja. Geh rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.